Das Delir wird häufig nicht erkannt und wird auch häufig unterschätzt. Ein Delir ist der medizinische Fachbegriff für ein akutes Verwirrtheitssyndrom und dieses tritt sehr häufig im Alter, im höheren Lebensalter auf und macht sich bemerkbar, dass Menschen, die vorher orientiert waren, sowohl zum Zeit- und Ort- und auch zur Person, zum Teil gar nicht mehr wissen, wer sie sind, wann sie geboren sind, wo sie zu Hause sind, wo sie wohnen, wo sie jetzt vor allen Dingen sind und was das alles gerade soll, was wir zum Beispiel im Krankenhaus für diese Patienten tun möchten und manchmal auch tun müssen. Das Delir ist in seiner Ursache noch nicht gänzlich geklärt. Es gibt Entstehungshypothesen, Wahrscheinlichkeiten. Ganz oben an steht zum Beispiel Stress. Das kann allein der örtliche Wechsel von der eigenen Wohnung in das Krankenhaus bedeuten. Es sind aber auch Entzündungen mit hohem Fieber, wo die Körpertemperatur steigt und das Gehirn Stress hat und dann mit dieser Verwirrtheit reagiert. Es kann Flüssigkeitsmangel sein, es können Schmerzzustände, Schmerzzustände, die sehr akut kommen, wo der Mensch von Schmerzen überwältigt ist, können ein Delir auslösen. Und was wir auch wissen, dass ein Delir in ganz klarem Zusammenhang zu Operationen steht. Zum Beispiel, wenn man sich die Hüfte gebrochen hat, dann ist die Gefahr ungefähr bei 50 Prozent, dass man im Rahmen der Operation kurz danach, also in diesem Zeitraum um die Operation herum, auch ein akutes Verwirrtheitssyndrom erleidet. Das Delir ist gerade für ältere Menschen sehr gefährlich, denn der Körper hat weniger Möglichkeiten zu rekompensieren, abzufangen, auszugleichen. Und wir sehen im Rahmen dieser akuten Verwirrtheit immer wieder Patienten, die versuchen aufzustehen, obwohl sie eigentlich gar nicht gehen können. Die vergessen, dass sie zum Beispiel eine Bettruhe verordnet bekommen haben, dass sie eine frische Operation haben, dann stürzen. Wir sehen aber auch Patienten, die im Rahmen des Delirs Herz-Kreislauf-Probleme entwickeln, Blutdruckanstiege, Herzrhythmusstörungen. Und was eben auch nicht gewährleistet ist, dass ein Delir wieder vollständig ausheilt, sondern häufig bessert sich die Symptomatik relativ schnell, meist nach wenigen Tagen. Aber es kann auch lang anhalten, über Wochen und Monate. Und Hirnleistungsprobleme bleiben häufig bestehen. Also selten ist der Mensch genauso geistig fit, wie er vor dem Delir war, wenn das Delir eigentlich abgeklungen ist. Und ganz besonders betroffen sind Patienten, die bereits vor diesem Ereignis des akuten Verwirrtheitssyndroms schon eine demenzielle Erkrankung hatten, also relevante Einschränkungen der Hirnleistungsproblematik. Und wir wissen, dass, wenn wir jetzt bei den Hüftbrüchen bleiben, 50 Prozent ungefähr bekommen so ein Delir, dass viele dieser Patienten wirklich nach einem Jahr verstorben sind. Und somit ist das Delir eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung.